Mit ihren psychologischen Verhandlungsstrategien ist die Inspektora aus Haus des Geldes eine starke Gegenspielerin zum genialen Professor und deswegen in diesem Video eine Analyse ihrer Kommunikation, ihrer Verhandlungsstrategie. Viel Spaß damit und viel kommunikativen Erfolg. Bella Ciao und herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Heute geht es mal wieder um Haus des Geldes. Das habe ich ja hier auf dem Kanal schon mal analysiert. Und normalerweise bringe ich eine Serie hier nur einmal, um einfach ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Da euch aber unter dem Video zum Professor, verlinke ich euch gerne am Ende, sehr oft die Inspektora gewünscht habt, werde ich sie heute analysieren, weil sie natürlich auch aus psychologischer Sicht eine sehr interessante Persönlichkeit ist, gute Verhandlungsstrategien verwendet und generell in einer kommunikativ sehr herausfordernden Situation ist, weil der Geiselnehmer natürlich normalerweise am längeren Hebel ist und so diese Lose-Lose-Situation für sie besteht. Denn entweder A, sie nimmt ihn und ihre Forderung ernst, ordnet sich ihm unter und muss dann in gewisser Weise ihre Macht abgeben oder, das wäre genauso blöd, sie nimmt ihn nicht ernst und dann kann es halt sehr schnell zu einer Eskalation von seiner Seite kommen. Heißt, jede Situation ist sehr prekär, sehr problematisch, weil man natürlich nicht weiß, was im Ernstfall passieren könnte. Und wie sie es schafft, trotzdem relativ gut die Macht zu behalten, das in diesem Video. Denn das spielt sich oft auf Mindset-Ebene, also auf gedanklicher, mentaler Ebene ab, denn erst wenn man eine starke Psyche hat, kann man erst solche Spielereien, sage ich mal, von der anderen Seite auch kontern, gerade in so herausfordernden Situationen. Und da empfehle ich euch heute das Praxisbuch zum Weltbestseller von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Ich habe es hier schon mal auf dem Kanal empfohlen, zumindest nicht dieses Praxisbuch, aber das andere Buch. Und das hier ist das Praxisbuch dazu. Ein ziemlich dickes Buch zu diesem über 60 Millionen Mal verkauften Buch, mit einem sehr interessanten Titel, aber wirklich ein sehr starkes Buch zum Thema Mindset, mentale Grundverfassung, wer also auf mentaler Ebene sich ein bisschen weiterbilden möchte. Dem empfehle ich dieses Buch sehr. Ich verlinke es euch gerne unten in der Videobeschreibung. Kommen wir gleich zum ersten Punkt oder zur ersten Szene. Eine besondere Sache seht ihr in der folgenden Szene. Das ist es, was Sie wollen? Einen Hubschrauber? Im Augenblick möchte ich nur mit jemandem verhandeln. Mit jemandem verhandeln, der mich nicht hinhält. Nicht den Vorgesetzten, den Geheimdienst oder seine Mutter fragen muss, um mir mit Ja oder Nein zu antworten. Dann sollten Sie direkt mit dem Präsidenten sprechen, aber der er damit beschäftigt ist, das Land zu regieren, werde ich versuchen, ihn zu ersetzen, falls Sie nichts dagegen haben. Haben Sie vielleicht noch Fragen? Das Interessante, was sie hier gemacht hat, ist, sie übertreibt die Forderung extra, um sie damit ins Lächerliche zu ziehen. Warum ist das so genial? Na, wie eben schon gesagt, wäre es sowohl schlecht, die Forderung einzunehmen und quasi einzuknicken, aber auch gleichzeitig sie einfach so ins Lächerliche zu ziehen oder sie nicht ernst zu nehmen, wäre auch problematisch, weil die andere Person sich dann nicht wertgeschätzt oder nicht ernst genommen fühlt und dann eventuell sogar Geiseln umkommen können. Was macht sie also? Sie nimmt seine Forderung, übertreibt sie mit dem Präsidenten und zieht sie dadurch ins Lächerliche, weil das kann sie ja ins Lächerliche ziehen, weil er es nicht direkt gesagt hat. Es ist also kein direkter Angriff auf ihn, aber auch gleichzeitig keine Zustimmung. Eine andere Möglichkeit, wie sie auch während der ganzen Zeit in gewisser Weise die Macht behält, ist, indem sie das Gespräch oder den Gesprächsverlauf, die Gesprächsdynamik dirigiert, indem sie noch andere Leute mit reinholt und quasi so auf die Meta-Ebene der Kommunikation geht. Wissen Sie, ich habe kein Problem, Ihre Frage zu beantworten, aber ich glaube, ich sollte Sie darüber informieren, dass dieses Gespräch von Mitgliedern verschiedener Spezialeinheiten der Polizei und dem Geheimdienst mitgehört wird. Nicht von allen genannt, wissen Sie? Hier wirklich einen großen Respekt an die Drehbuchschreiber, die hier wirklich sehr viele Strategien verwendet haben, die auch bei den tatsächlichen Verhandlungsführern bei der Polizei verwendet werden. Vielleicht haben sie sogar mit einem Polizeipsychologen zusammengearbeitet oder einfach nur sehr gut recherchiert und zusätzlich auch sehr gut von der Inspektora, also von der Schauspielerin inszeniert oder dargestellt. Also wirklich sehr gut, da sieht man viele Strategien, die auch genau so angewendet werden. Denn tatsächlich ist es ja wirklich eine sehr große Problematik. Das Kräftegleichgewicht ist am Anfang komplett aus den Fugen geraten. Der Geiselnehmer hat Geiseln, er kann Leute umbringen und er hat sich wahrscheinlich, und gerade beim Professor ist es natürlich nochmal besonders stark so, sehr stark schon auf die Situation vorbereitet. Während die andere Seite fast keine Druckmittel hat, gerade am Anfang ja noch gar nichts über die andere Seite weiß und sowohl von den Informationen als auch von den tatsächlich inhaltlichen Argumenten oder den Druckmitteln natürlich auf einer viel schlechteren Seite steht, weswegen man versuchen muss, hier dann auf kommunikativer Ebene gleichzuziehen. Denn wenn man es schafft, Druck auf kommunikativer Ebene auszuüben, dann fühlt sich die andere Person in gewisser Weise auch nicht mehr so frei in ihrem Handlungsspielraum, auch wenn sie vielleicht auf inhaltlicher Ebene viel mehr Argumente besitzt. Das ist also sehr stark, dass sie hier auf die Meta-Ebene gegangen ist, beziehungsweise einfach noch andere Leute mit eingeschalten hat, sodass einfach dargestellt wird, dass eben die andere Seite mit den vielen Leuten, mit den Geiseln und den bisherigen Argumenten und natürlich auch den Geisen, eben nicht so viel Druck auf die andere Seite auswirken kann, sondern dass die Seite eben auch stark ist. Eine sehr starke Möglichkeit, die sie auch immer wieder verwendet, man sieht es eigentlich die ganze Zeit wirklich perfekt umgesetzt, ist, dass sie die Stimme sehr stark nutzt und auch Pausensetzung, um den Druck einfach zu erhöhen. Da könnt ihr auch gerne mal die nächsten Szenen darauf achten, wie sie ihre Stimme verwendet und hier auch einen großen Respekt an die deutsche Synchronisation, die ja oft nicht so ganz gut ist wie das Original, in dem Fall aber wirklich sehr gut diese Stimmmodulation hinbekommt, um einfach diese Schärfe und diesen Druck in der Stimme nochmal mitzubringen. Weil gerade bei der telefonischen Verhandlung natürlich nicht die Körpersprache als Druckmittel in gewisser Weise genutzt werden kann, sondern vor allem die paraverbale Ebene, also die Stimme, die Stimmmodulation, die Pausensetzung einfach dafür verwendet wird, um auf kommunikative Ebene diesen Druck oder diese Macht halt herzustellen. Und das macht sowohl der Professor sehr gut in vielen Situationen, aber auch die Inspektora achtet auch gerne mal in den folgenden Szenen darauf. Vor allem auch bei der nächsten Szene hört man das am Anfang nochmal sehr gut, aber auch auf inhaltlicher Ebene ist sie hier bei der Vertrauensfrage. Kann ich Ihnen vertrauen? Sehr ernst. Heißt, hier versucht sie nichts ins Lächerliche zu ziehen, weil sie natürlich das Vertrauen von ihm auch gewinnen möchte. Heißt, hier ist sie sehr ernst in der folgenden Szene. Kann ich Ihnen vertrauen? Selbstverständlich. Aber damit ich Ihnen auch vertrauen kann, erwarte ich eine Geste von Ihnen. Lassen Sie die Schüler frei. Sie sind minderjährig. Dann wird das Ganze einfacher. Und am Ende dieser Szene habt ihr noch was anderes gesehen. Und zwar hat sie nicht nur die Vertrauensfrage ernst genommen, sondern sie hat auch noch eine Forderung gestellt. Das ist auf kommunikativer Ebene wieder sehr wichtig. Denn wenn man eine Forderung stellt, dann ist man wieder in der etwas stärkeren Position und hier geht es nicht mal unbedingt um die inhaltliche Ebene. Es geht nicht mal darum, dass es wirklich dann auch durchgeführt wird. Es kann gut sein, dass die andere Seite es einfach ablehnt. Aber dadurch, dass man Forderungen stellt, subkommuniziert man, also schwingt einfach auf kommunikativer Ebene mit, dass man hier in einer starken Verhandlungsposition ist, weil die Person, die in einer schwachen Verhandlungsposition ist, normalerweise gar keine Forderung stellen würde, weil sie ja sowieso nicht durchkommt. Allerdings einfach Forderungen aktiv und initiativ zu stellen, ist eine der besten Möglichkeiten, um das Kräftegleichgewicht von ihrer Seite herzustellen, auch wenn die Forderung im Endeffekt vielleicht dann gar nicht durchkommt. Trotzdem zeigt sie damit, dass sie einfach selbstbewusst bei ihrem Standpunkt ist und damit einfach gelassen zu entscheiden. Und das schafft sie auch dadurch, dass sie viele Routinen verwendet. Routinen, also Gewohnheiten, um aktiv in diese Gelassenheit reinzugehen. Weil gerade bei solchen hoch angespannten Situationen nutzt sie diese Routinen, beispielsweise, dass sie immer den Stift nimmt, um sich die Haare hinten zusammenzubinden, um einfach aktiv in die Gelassenheit hineinzugehen. Weil gerade wenn es nervös wird, sollte man gewisse Dinge machen, um sich wirklich zu beruhigen, weil man eben normalerweise nicht in diese Beruhigung reingeht. Da verwendet sie also verschiedenste Routinen. Übrigens, wenn ihr viele Routinen zum Thema Kommunikation und auch Gelassenheit und Persönlichkeitsentwicklung haben wollt, dann schaut gerne hier auch bei den anderen Videos auf meinem Kanal vorbei und abonniert, dass ihr keine neuen Videos mehr mittwochs um 18 Uhr und samstags um 18 Uhr verpasst. Da gibt es immer neuen Content zum Thema Psychologie, Kommunikation, Rhetorik und Charisma. Also genau solche Analysen wie diese hier und natürlich auch andere Theorie-Videos. Und eine andere Sache, die sie noch macht, ist, sie zeigt ihre Stärke, ohne zu bluffen, ohne sich aber zu stark in die Karten schauen zu lassen. Also wie beim Pokern, zeigt sie etwas, allerdings blöfft sie nicht nur, sondern sie kann es sogar beweisen, das ist noch stärker. Allerdings lässt sie sich nicht in die Karten blicken, indem sie alles zeigt, was sie hat. Und das Interessante ist, wenn man eben nicht alles sagt, was man weiß, beziehungsweise so tut, als würde man nicht alles sagen, was man weiß, erhöht diese Unsicherheit bei der anderen Person den Druck noch mehr, weil die andere Person sich dann denkt, verdammt, wenn sie das schon weiß, was weiß sie noch alles? Auch wenn sie vielleicht gar nicht mehr wirklich mehr weiß. Dadurch, dass man eben sagt, und das ist nur eine Sache von den Sachen, die ich weiß, erhöht man den Druck noch mal mehr, weil man die andere Person so in dieser Unsicherheit lässt. Wieso haben Sie mich angerufen? Weil ich Sie bitten wollte, sofort aufzugeben. Ich habe Aufnahmen aus dem Gebäude. Ich konnte einen von Ihnen identifizieren. Und wenn ich ein bisschen Geduld habe, werde ich auch den Rest Ihrer Leute identifizieren können. Inspektora, Sie denken anscheinend... Ich bitte Ihnen einen Deal mit der Staatsanwaltschaft an. Ich kann Ihre Strafe von 16 Jahren auf 8 reduzieren. Nur dann sollten Sie sofort aufgeben. Bisher gab es keine Toten. Das gibt mir Spielraum. Aber bei diesem Deal, den Sie vorschlagen, würden wir doch verlieren, Inspektora. Wir haben bereits verloren. Und falls Sie es irgendwie schaffen, da rauszukommen, werden Ihre Gesichter in allen Nachrichten zu sehen sein, in den Polizeiwachen hängen und an den Grenzübergängen. Es gibt keinen Plan B. Dann lassen wir uns Plan C einfallen. Sie denken, dass ich blöffe, richtig? Wenn ich ehrlich bin, ja. Ich beweise Ihnen, dass ich Informationen habe. Sie haben 67 Telefone mit Klettband an der Wand befestigt. Ich gebe Ihnen genau eine Stunde, um das Angebot anzunehmen. Dann Sie Inspektora. Heißt, auf inhaltlicher Ebene hat sie hier Stärke gezeigt, ohne sich zu stark in die Karten blicken zu lassen. Und auf kommunikativer Ebene hat sie hier wirklich alle Register gezogen. Sie hat ihn unterbrochen. Das zeigt einfach diese kommunikative Stärke. Und diese Dominanz. Sie hat dieses Kontrastieren verwendet und hat quasi auf der einen Seite sehr positiv dargestellt, was passiert, wenn sie mit ihm kooperiert. Allerdings auch dann wieder dieses Schwarzmalen gemacht, dass man sie überall sehen wird und wirklich dieses Negativste ausmalen, sodass die andere Person im Kopf dann wirklich ein sehr negatives Bild hat, wenn man nicht kooperiert, und ein sehr positives Bild hat, wenn man kooperiert. Heißt, sehr stark ihn auch psychologisch da beeinflusst. Wobei man natürlich sagen muss, dass der Professor da auch auf psychologischer Ebene natürlich sehr stark darauf vorbereitet war. Das habe ich ja in dem anderen Video auch schon analysiert. Und zusätzlich hat sie es auch neben diesem Unterbrechen und diesem Kontrastieren auch noch hinbekommen, dadurch, dass sie einen sehr starken Stimmeinsatz hatte und dann auch noch aufgelegt hat, einfach die Situation für sich zu bestimmen. Heißt, hier stellt sich auch ein ganz klares Ultimatum auf, auch nochmal eine Möglichkeit, auf rhetorischer Ebene die Macht zu erhöhen. Und auf einer anderen Ebene wäre es natürlich sehr heikel. Und zwar, da kommen wir zur Folge 5, hier muss sie in gewisser Weise ein Schuldgeständnis machen, weil durch sie ein Zivilist getötet wurde. Und das Gute ist, sie macht hier wirklich dieses Schuldeingeständnis. Sie bringt es auf. Wenn sie es hier nicht aufbringen würde, dann würde sie komplett unglaubwürdig und nicht mehr vertrauenswürdig wirken. Allerdings darf sie es auch nicht nur so machen, okay, ich bin komplett schuld und damit ihm komplett die Macht wiedergeben. Sie sagt also auf der einen Seite wirklich Schuldeingeständnis, ja, es war mein Fehler. Allerdings nutzt sie es auch in gleicher Art und Weise, auch darzustellen, warum es für die andere Seite schlecht ist. Und hierfür nutzt sie, sehr psychologisch gesehen schlau gemacht, die Argumente der Gegenseite. Denn genau was der Professor, natürlich nicht zu ihr, aber indirekt schon in der Gruppe gesagt hat, es geht hier darum, dass man ein sehr hohes Ansehen in der ganzen Medienwelt oder in der ganzen Gesellschaft von den Geiselnehmern hat. Wenn jetzt allerdings die Person sterben würde, weil man keine Ärzte reinlässt, dann wären die Personen selbst, also die Geiselnehmer, wieder die Angeschmierten, auch wenn es nicht ihre Schuld war, weil es ja von jemand anderem erschossen wurde, aber weil sie eben diese Hilfe nicht zugelassen haben und deswegen das Image so in gewisser Weise bröckelt oder kaputt geht und damit der Plan des Professors nicht mehr aufgeht. Heißt, sehr schlau hat sie hier die Argumente der Geiselnehmer gegen sie verwendet. Professor? Sie haben auf die Geisel geschossen und jetzt schwebt eine Lebensgefahr. Ich vermute, dass Sie deshalb anrufen. Für den Verletzten ist ein Krankenwagen da. Hier kommt keiner raus. Dieser Mann wird verbluten. Wegen einer Kugel, die von Ihnen abgefeuert wurde. Wollen Sie ihn sterben lassen? Erlauben Sie wenigstens, dass ein Ärzteteam reinkommt. Professor, bitte. Ich weiß, dass es meine Schuld war. Aber wenn der Mann stirbt, ist das für Sie genauso katastrophal wie für mich. Denn ich versichere Ihnen, dass die Öffentlichkeit in weniger als fünf Minuten erfährt, dass er gestorben ist, weil Sie uns nicht reingelassen haben, um sein Leben zu retten. Zwei Chirurgen und ein Krankenpfleger samt Ausrüstung. Geben Sie Bescheid, wenn Sie da sind. Ich danke Ihnen. Heißt sehr viele schlaue, psychologische und kommunikative Strategien. Wenn du mehr dazu erfahren willst, dann schau hier gerne bei den anderen Videos auf dem Kanal vorbei. Und wenn du dich auf mentaler Ebene weiterbilden möchtest, dann empfehle ich dir natürlich sehr das Praxisbuch zu Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Sehr empfehlenswert. Ich verlinke es dir unten in der Beschreibung. Ist auch sehr gut formatiert. Und falls du jetzt jeden Tag neue Kommunikationstagesaufgaben haben möchtest und auch eine Facebook-Gruppe und Livestreams haben möchtest, dann trage dich gerne hier oben in den Redefabrik Campus ein und abonniere hier unten meinen Kanal, um keine neuen Videos mehr mittwochs um 18 Uhr und samstags um 18 Uhr zu verpassen. Falls du jetzt noch einige Anmerkungen hast dazu, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Bin gespannt auf eure Meinung zu meiner Analyse und ob ihr selbst noch etwas herausgefunden habt. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.